Helldiver Helldivers Juhuuu Oh ja Weißt du, dass ich mich noch nicht so richtig freue? Wir kriegen jedes Mal auf den Sack Nein, doch Also Vorteil ist ein Helldiver Man kann jetzt Multiplayer Man geht rein Man ist drin Ja, früher Nein, der ist nicht da Man muss raus Du wirst wieder online spielen Tut mir leid, der ist nicht da Du wirst wieder raus, du wirst wieder rein Und dann konnte man online spielen Man ist einfach Multiplayer Freunde Tadaa Es geht Ja Ich bin jetzt halt gespannt Weil Eigentlich wollte ich jetzt das hier machen Du hast nicht ausreichend Einfluss in dieser Region Um den Angriff Ich bin zu wenig wilder Sammiter Scheiß darfst du Ja Richtig gut Wir anfangen mit dem hier an Ähm Also was Was ist schon positiv Es hat sich anscheinend so gut verkauft, dass sie es auf den PC bringen können Ja Das Traurige daran ist Es gibt keine große Bläh Dabei Dabei haben es die Fans glaube ich davor geschrieben Oder? Die haben sich das gewünscht auf jeden Fall Ja Aber die haben gesagt Nein Niemals Nicht mit der Commander Ja Und das ist eigentlich echt traurig Weil eigentlich ist das ja auch so ein Spiel, wo es sie es anbieten würde Ja Beispiel Ähm Von der Steuerung her Gut Man muss dazu sagen Auf dem PC kann es vielleicht nur ein bisschen präziser sein Das mag vielleicht schon Ja Durch dein Klicken Ja genau Und weil du halt eine Maus hast anstatt nur einen Stick Ähm Aber Du spielst ja Nicht gegen Andere Spieler Sondern gegen KI Sag ich jetzt mal Ja Das heißt Wenn einer besser ist dann Freut er sich gut Der wird sich wahrscheinlich aufregen So von wegen Öhh Verdammte Konsolenspieler Geh mal auf den Sack Verpisch dich Ähm Aber ja Bei Rocket League oder so kann man sich auch zum Beispiel optional auswählen Was zum Beispiel auch auffällt ist es hübscher geworden Ja Das stimmt Ich weiß gar nicht warum Äh Ich nicht einfach immer die Waffe hol Die ist halt viel stärker Aber wo muss man das hinbringen? Weiss ich nicht Du musst auf die Karte gucken Ah ok Da Hoch Hilf mir Ich bin schon da Ja An sich finde ich es auf jeden Fall schon ok Aber ich muss sagen Ich hatte damals mit äh Mit Dead Nation mehr Spass Ja Dead Nation ist einfach atmosphärischer Ja Ja Deswegen hoffen wir schon auf nächstes Jahr da kommt Alien Nation Ja Und das sah auch ziemlich cool los vor allem durch das Machen von ähh Razor Gun Ja Ja Das war ja eigentlich vom Gameplay schon ziemlich cool Also das haben die halt gut gemacht Ja es ist halt optisch richtig gut Es sind richtig viele Partikel wo Pich pich Und da hat mal einer geschrieben Epileptische Anfalle willkommen Ja gut Und du spielst ich glaube ein bisschen agiler wie damals Dead Nation Aber gut ich fand damals Dead Nation auch schon ziemlich agil Nein du kannst auch Küsten und so hopsen Ok Du bist nicht mehr so vom Laufen her gebunden Wow Sag mal Was ist ich? Du hast auf mich geschossen Was ist ich? Hör halt rummann Das ist eine Fleischwunde Das ist ziemlich stark die Laserwaffe Ist ja auch dickerer Strahl Dein Strahl ist dicker wie meiner Ich spiel nicht mehr Und die Muni geht hier halt auch nicht leer ne? Nein du musst einfach bloß tippen Ja Deswegen bin ich von meiner Popcorn weg Weil die rotzt zwar alles weg Aber ich halte sich nahes Laden Geht mir tierisch auf die Nüsse Ja Vielleicht hole ich mir jetzt auch mal irgendwann mal noch Da müssen wir jetzt hin Da runter Was ist hier? Hm? Wack mal 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 Ziemlich cool die Waffe Schraube Bleib auf dem Boden Ich bin Rob der Rob Bleib auf dem Boden Ich mach alles allein Ich robbe deine Käse Fuss Gib mir deine Fuss Gib mir deine Fuss Die fressen Oh je Was hast du geschaut Weh Was hast du gemacht? Ich bin im Kreis gerobbt Komm Los Auf, komm Wack 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 Hast du noch einen Geschütztraum übrig? Ja Kannst du ihn auch rufen? Ja Bei mir haben wir nämlich cooldown Gutes Timing. Ja, richtig gutes Timing. Meine Knarre ist leer. Dann lad nach, du kannst nachladen, schnell lad nach. Wie soll ich nachladen? Schleiser. Aber du hast auch Magazine. Was? Wenn du zusammen über die Hitztasche musst, musst du nachladen. Ich frage mich jetzt nicht, mit welcher Tasche du nachladen musst. Viel Gesteckung. Schlag. L1. Siehst, jetzt kannst du wieder. Die Freiheit schläft überall. Und da kommt Superman. Und dann fragt Batman. Dein Junge liegt. Steht. Nein. Mach schon. Los, geh unter Shuttle. Du kannst noch unter Shuttle. Passt denn zu dir? Matsch Patrick. Dreck. Nein. Ja, das ist 8 Minuten. So, nochmal eins, oder? Ich hab mehr Latte. Nein. Hörst du. Ist ja Wurst. Okay, alles klar. Ich hab schon gleich angezockt. Jawohl. Wir haben ein kurzes angezockt Video gemacht von Halterwas und hoffen wir mal, ob da noch was kommt. Mal sehen. Bis dann. Und tschüss.